Ja, hat er sich entschieden, der Markt oder nicht? Wie sieht es denn aus? Mensch, sag doch mal was, du bist doch Profi, du musstest doch wissen, was der Markt als nächstes tut. Naja, es geht so, es kommt immer darauf an, was die anderen Marktteilnehmer machen, denn ich habe ja auch nicht die seherischen Fähigkeiten in die Zukunft. Ich kann immer nur angucken, was die Leute da draußen machen an den Märkten und wie das typischerweise einzuschätzen ist. Was auffällig ist hier im 15-Minuten-Chart ist, dass wir relativ stark hoch sind, aber auch relativ stark runter sind, relativ stark hoch sind, relativ stark runter sind, relativ stark hoch sind, relativ stark runter. Die Größen werden zwar immer kleiner, aber trotzdem, wir haben keine Korrekturmuster dazwischen. Normalerweise würde ich ja immer erwarten, dass wenn wir hier irgendwie sowas haben, dann irgendwie mal was Schwaches kommt und dann weiß ich, ah, wir können noch weiter auf die Short-Seite setzen. Oder wenn es dann wieder nach oben geht, dass man sagt, ah, wenn es jetzt wackelig runterkommt, dann können wir wieder auf die Long-Seite mit aufspringen. Und so weiter und so fort. Ihr erahnt es schon, wenn er dann so steil runter geht, oh, super, wenn er wackelig hochkommt, dann können wir auf die Short-Seite mit aufspringen. Macht er aber alles nicht. Das heißt, das bedeutet, dass die Marktteilnehmer offensichtlich zwar Armdrücken machen miteinander, die Bullen und die Bären, aber keiner so richtig die Einsicht hat, na gut, dann nehmen wir halt auf. Was das bedeutet, ist, dass man noch nicht vorhersehen kann, welche Seite letztlich gewinnen wird. Insgesamt muss ich allerdings sagen, dass mir die Bewegung der letzten vielen Tage, wenn wir hier mal so von Anfang Februar gucken, das, was wir hier sehen, das sieht sehr korrektiv aus. Deshalb bin ich im Moment, weil das ja noch sehr stark war, das sehr korrektiv aussieht, eigentlich eher noch mal gewillt, die bullische Seite in den Fokus zu setzen. Wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich sagen, ja, bullisch vielleicht dann doch eher etwas mehr. Erst wenn wir hier unten durchgehen, durch die Unterseite jetzt hier, die ist ganz grob, das hängt immer so ein bisschen ab. Heute noch 150, die nächsten Tage geht das auf 100 dann runter irgendwie, also 15.100. Wenn er da dann durchgeht, ja gut, da muss man sich ernsthaft überlegen, was ist der Plan. Aber die Long-Seite würde ich präferieren. Aber ihr hört es, ich drucke es ein bisschen rum, das sind für mich keine Einstiegssignale. Ich finde das nicht attraktiv, um hier jetzt in diesem Bild einen Einstieg irgendwo zu finden, zumal ich auch nicht wirklich einen Plan habe, wie viel das dann noch höher gehen soll. Denn dass wir sehr weit gelaufen sind, sehr langsam, aber sicher diese größere Korrektur bräuchten, um das ganze Bild ein bisschen zu entspannen auf der Aufwärtsseite, ist relativ nachvollziehbar. Für den ganz kurzfristigen Handel gehen wir vielleicht mal kurz auf den DAX Future. Da ist vielleicht für den Nachmittag sogar die Abwärtsseite, jetzt wenn ich das im 5-Minuten-Chart gucke, die bessere. Denn das ist noch die letzte starke Bewegungsrichtung und das sieht bisher zumindest mal dreiwellig aus und würde suggerieren, dass ein Trigger hier auf dieser Seite die Fortsetzung nach unten nochmal mit sich bringt. Aber wichtig, das mit dem Trigger, nicht übersehen. Viele sagen, ich mache das vorher schon mal und ärgern sich dann. Ja, lag ja völlig falsch. Der Kurs ist nach oben. Der Kurs nach unten ist dann, wenn die Abwärtsseite sozusagen getriggert wird. Für Triggermöglichkeiten gibt es natürlich verschiedene, aber eine Bestätigung, das ist für diejenigen, die mit dem Wort Trigger nichts anfangen können, eine Bestätigung, dass die Gegenseite nun wirklich fertig ist. Und das könnten zum Beispiel diese Zwischentiefs sein. Es könnte vielleicht auch eine Kerzenformation sein oder irgendeine andere Methode, die man da machen kann, mehr oder weniger intensiv. Trotz alledem, das wäre dann die Aussage, dass wir vielleicht dann nochmal so eine schnelle Bewegung nach unten bekommen. Vorher allerdings noch nicht. Ist das in Amerika genauso? Naja, im Großen hat sich nichts verändert. Ihr wisst immer noch hier, da reden wir ja schon seit Wochen drüber, dass er das irgendwie nochmal ansteuern sollte, idealerweise. Er ist ja auf dem Weg dahin. Im Moment hält er sich noch im Rahmen des Tiefs von Mitte oder Ende Dezember auf hier. 20. Dezember irgendwie so in der Richtung. Da eiert er noch fest. Die jüngste Bewegung hier, 4-Stunden-Chart, ist auch stark. Aber machen wir uns nichts vor, zumindest der war ja ebenfalls sehr stark. Also ihr seht schon, wie doof das manchmal eben gehen kann, dass beide Seiten eben relativ stark sind und man dann nicht so richtig weiß, was Sache ist. Hier ging es noch. Das war eine starke Seite, die war klar dreiwellig. Insofern sprach das eher für die Abwärtsseite, idealerweise schon sofort, vielleicht eben noch mit dem Umweg. Klar, Nachthandel, da wird dann viel Zeit nochmal totgeschlagen, bis dann der Faden wieder aufgegriffen wird. Also hier war ja gestern Abend und dann ging es hier bis zu dem Handelsende war er, wo ist denn Handelsende ungefähr? Hier ist Handelsende gewesen und Handel hier ging weiter quasi die Börse offiziell hier. Also ihr seht, wenn ich das von da bis da rausschneide, das ist sozusagen das Pausenzeichen über Nacht. Naja, dann sieht das schon eben nach der Abwärtsrichtung nach wie vor aus. Also beim amerikanischen Markt würde ich auch eher sagen, auch im 5-Minuten-Chart, das sind die Abwärtsseiten. Mein Wunsch wäre jetzt idealerweise mal was Wackeliges wieder hoch, um dann wieder aufzuspringen auf der Abwärtsseite. Ihr seht, dieses Bild, diese Idee, die ist nahezu immer wieder die gleiche und die setzt sich offensichtlich bei vielen, vielen dieser Märkte durch. Beim S&P sieht das Bild aber traditionell anders zumindest mal aus als beim Dow Jones. Hier könnte man jetzt nicht so genau sagen, was das sein soll. Ist das jetzt hier eine starke Aufwärtsbewegung? Wenn ich genau hingucke, ist sie dreiwellig. A, B, C. Allerdings ganz schön buschig hier die Abwärtsseite, deshalb, naja, am Ende geht er nochmal einmal hoch und danach erst runter. Also die Abwärtsseite ist meine im Moment jetzt zumindest mal, was das angeht, präferierte Richtung. Das muss im Übergeordneten jetzt noch nicht bedeuten, dass wir da sofort reinplumpsen in das Ding hier. Das ist damit nicht gesagt. Also es kann sein, dass sich das noch mit Umwegen eine Weile hinzieht. Aber zumindest für den aktuellen Augenblick, für die kürzerfristigen unter euch, das sind alles irgendwie Szenarien, die so richtig bullisch noch nicht aussehen. Der letzte Arm hier, okay, aber dieser Rücksetzer ist sehr tief. Das muss ich nochmal eben ansprechen. Ich sage ja immer wieder, dass der Rücksetzer hinreichend groß sein soll. Das ist natürlich ein sehr blöder Begriff, weil was ist denn um Himmels Willen hinreichend? Statistisch gesehen kann man sagen, also ein ganz guter Richtwert ist, wenn die Korrektur dahin geht, beziehungsweise wenn er nicht mehr hier drunter fällt unter die 78er Marke. Na, das kann man auch schöner zeichnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Unter die 78er hier sollte er idealerweise nicht mehr fallen. Und wenn das eben dreiwellig ist, da ist er schon reingeplumpst, aber eben nicht wirklich dreiwellig. Und da spätestens ist er dann durchgefallen. Also insofern hat sich die Long-Seite eigentlich zumindest mal aus statistischer Sicht ins Knie geschossen. Heißt nicht, dass es jetzt nun gar nicht mehr geht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind dafür nicht so groß. Und deshalb bin ich eher der Auffassung, dass die Abwärtsseite wohl die richtige ist. Ich würde mich sofort umentscheiden, unter welcher Bedingung, wenn wir zum Beispiel im Laufe des Nachmittags mal eine starke Anstiegsstelle kriegen und danach eine Abwärtsseite, dann wäre ich sofort bereit, auf die Long-Seite zu wechseln. Idealerweise sollte dieses Tief niedriger liegen. Dann wäre nämlich das eine Abwärtsbewegung, hier ein echter Tiefpunkt nach der Abwärtsbewegung. Dann wäre das die erste Aufwärtswelle, also dieses Teilstück die erste Bewegung. Und die setzt sich nämlich nach dieser Korrektur, die dann ihrerseits wieder so in der Mitte ankommt. Also ich deute es mal an hier. Die blaue Kiste wäre dann in etwa dieses Ding. Also ihr seht, das Prinzip ist immer wieder das gleiche. Wenn das einigermaßen so aussähe, würde ich natürlich an dieser Stelle sagen, naja, was interessiert mich mein Gequetsche von gestern? Das ist die letzte starke Bewegung, die wir hier nach oben haben. Das ist abwärts auf jeden Fall was Schwaches. Und dementsprechend würde ich mindestens vorläufig die Long-Seite nochmal präferieren. Mindestens mal vom Einstiegspunkt bis zum Mindestziel. Stop-Weite, wir haben häufig drüber gesprochen, wäre dann die andere Seite bis zu diesem Tief- oder der 78er-Marke hier oben. Wer will, kann auch diese 78er nehmen. Das ist für das Chance-Risiko-Verhältnis nicht ganz so doll, hat aber dafür eine höhere Trefferquote, weil notfalls, wenn er dann doch nochmal einmal Schwung holt und hoch geht, man dann noch nicht sofort rausfliegt. Auch wenn ich persönlich den engeren Stop lieber mag, wohlwissend, dass das auch manchmal in die Hose geht und man dann eben zwei-, dreimal gegebenenfalls handeln muss. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis dafür ist relativ gut. Also ihr seht, dieses Bild, es ist ein mögliches Bild, aber dafür bräuchten wir erstmal dieses Ding hier und nachher dann den Bruch, um mich davon zu überzeugen. Solange das nicht der Fall ist, gelten offensichtlich wohl doch eher die Short-Richtungen, so wie ich es am Anfang eingezeichnet habe. Das heißt, das ist im Moment noch ein Showcase, sozusagen eine ganz frühe Idee, ab wann ich mich bereit erkläre für die Gegenrichtung. Das fände ich eben besonders schön. Solange das nicht ist, bin ich wahrscheinlich eher einer, der sich zu den Wartenden zählt, auch wenn man dann vielleicht das eine oder andere Mal verpasst. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Ciao! Vielen Dank.